Stefan, wir sind ja heute hier in der Papeterieabteilung in unserer Fiale in Bukwedel und du hast ja in der Hand gerade unsere Böhnhardt-Glocke. Was steckt da genau dahinter? Genau, vielleicht kennen Sie die ja schon. Falls noch nicht, dann zeige ich Ihnen die jetzt gerne einmal. Die haben wir nämlich in drei Variationen. Einmal in der gängigen Mathe-Lineatur 28, also kariert mit zwei Rändern. Dann haben wir einmal die Linie-Matur 27, das ist dann die Linie der Ausgabe, auch mit jeweils zwei Korrekturrändern. Jetzt kommt das Highlight, das Double, wie der Fußballer sagen würde. Genau, jetzt haben wir nämlich unseren Duo-Block. Das Besondere bei diesem Duo-Block ist nämlich, da sind die Linie-Matur 27 und 28 mit drin. Jeweils 40 Blatt, vorne haben wir die karierten und ab der zweiten Hälfte kommt dann die Linie. Deutlich sichtbar getrennt durch diesen roten Einband. Welchen Vorteil habe ich denn davon, wenn ich mir so einen Double-Block kaufe? Nun, es ist einerseits auf jeden Fall platzsparend. Man hat ja nur noch einen Block mit, statt zwei. Auch vom Gewicht her natürlich. Auch vom Gewicht natürlich. Und man kann den natürlich überall mit hinnehmen, ob wir in Schule, Büro, zu Hause oder auch unterwegs. Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Blöcken haben wollen, schauen Sie doch gerne auf unserer Website www.bunert.de vorbei. Und bis dahin wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Und bis dahin wünschen wir Ihnen noch einen Tag.